Hey meine Lieben, ich streame heute Abend wieder gegen 17 Uhr, 30, 18 Uhr. Falls der Stream noch nicht laufen sollte, fängt der Stream gegen 18 Uhr an, weil ich noch beim Friseur bin. Ich mach meine Haare nämlich ganz schön. Schaut auf jeden Fall gerne bei Twitch vorbei. Wir streamen heute Abend Minecraft, Fortnite, Call of Duty und machen natürlich auch ein paar wunderschöne Reacts. Also verpasst nicht, wir sehen uns gleich online wieder. Macht's gut, ciao! Boah, das ist killer! Ciao Leute, was geht? Ihr habt willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich muss euch vorab an der Stelle warnen, es ist wieder ein Video, wo Evive dabei ist. Ich weiß, ihr könnt das... Was denn? Ja, kannst du dir einfach mal nett sein oder so am Anfang? Leute, Evive ist wieder mit dabei. Ich weiß nicht, er war gerade noch gemutet. Keine Ahnung, man hat nicht genau, was er gesagt hat. Ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall heute mal was ganz besonderes an, meine Freunde. Und zwar 15 unglaublich befriedigende Dinge in Minecraft. Und ich rede da nicht von irgendwelchen Androids, die irgendwelchen Trimax-Skins in den Hintern geschoben werden. Ekelhaft. Oder irgendwelchen Rumbumms in Villager. Nein, ich rede von wirklich befriedigendem Minecraft-Content. Lukas? Das ist endlich mal was anderes. Normalerweise gucken wir uns mal so eine Kacke an. Der Content, den du nicht produzierst. Der nämlich befriedigend ist und wo man mit einem guten Gefühl rausgeht. Ganz genau, der Content. Den schauen wir uns heute an. 50 even more satisfying things in Minecraft. Hey, du kannst lesen. Richtig. First, Multicolor Falling Sand. Oh, da. Oh. Hm. Look at that. Sieht halt echt voll geil aus, ne? Das ist schon echt nice, Alter. Vor allem, weil es da verschiedene Farben hat, Junge. Damn. Übrigens, OG-Trick mit der Fackel. Sand abbauen, meine Freunde. Ihr kennt ihn alle. Ihr kennt ihn alle. Carpet Patterns. Okay. Teppich-Muster. Alles klar. Ich weiß ja nicht, was daran befriedigend sein soll. Er fällt jetzt da runter. Oh. Shit. What? Holy shit. Ja, moin, Alter. Hey, war das ein Slime, ja? Ja, ja. Oh, Digger. Das sieht echt tasty aus, Alter. Alter. Das sieht wirklich gut aus. Kann man nicht anders sagen. Ich werde bei so Videos immer müde, ne? Mit der Musik und sowas. Perfekt. Dann hältst du das Video über das Maul. Äh. Machen wir weiter. Better Portals. Oh. Oh, lol. Oh, lol. What? Das gibt's? Gibt's so ein Mod? Tschüss, wie geil das aussieht. Hey, das ist ja wirklich krass. Das ist ja mal richtig geil. Oh, wie geil mit dem Endportal. Alter, okay, okay, okay. Ich fühle es sehr. Warte mal. Kann der Drache da nicht jetzt einfach rausfliegen? Und, also, also, an der Stelle, also, ist das safe, Leute? Ja, gut. Okay, das sieht echt schon tasty aus. Das ist echt krass. Keine nervige Ladezeit oder sowas, weißt du? Das sollte Minecraft auf jeden Fall machen. Junge, Junge, Junge. Oh, lecky, Alter. Geil. Ja, moin, was ist das? Scafford ist diese komischen Gerüstbaublöcke. Die es gibt. Die kann man sich aus Bambus craften. Und die fallen dann alle... Oh, nein. Diese Partikel sind anderer Gänsehaut. Moment. Das sah richtig krass aus. Okay, was kommt jetzt? Oh, reverse TOT. Oh, guck mal, wie sich die Welt zusammensetzt. Das sieht echt geil aus. Oh, okay, okay, okay. So simpel eigentlich, ne? Ja. Aber es hat was, Alter. Mega. Yes. Ey, das sieht so cool aus. Okay, Fortune 100. Lol. Fortune 1000 sogar. Ja, Digga, wie viele Dias kommen denn da raus? Das ist ein Spiegel. Hä? Das ist ja ein Multiplikator von 1000 dann. Ah, ja. Ah, ja. Da kommt einfach mal ein Stack Diamanten bei rum. Ist okay. Ist okay, Leute. Ist das noch ein Legales, die Frage? Ne. Oh. Jawohl. Ja, lecker, Alter. Junge, wenn er die jetzt noch schnell abbauen würde, wäre es viel, viel geiler. Aber okay. Efficiency, Alter. Oh, jetzt. Oh, okay. Er hat es separat gemacht. Oh, ja. Oh, ja. That's what I'm talking about, my Homeboy. Oh, shit. Alter, wie geil ist das? Guck mal, bitte. Ey, so was hätte ich früher so hart gebraucht in manchen Projekten. Alter. Mensch. Dieser Mann, wenn du so schnell baust, hast du schon Damage gekriegt. Junge. Oh, Warped Worlds. Oh, shit. Ja, Mann, diese Shader, diese Acid Shader, Alter. Das sieht so geil aus, Mann. Guck mal, bitte. Digga, sieht er nicht mehr aus wie Minecraft. Alter, es ist so geil, Digga. So muss ich ungefähr, glaube ich, einen Heroin-Trip anfühlen. Also, Kinder, wenn ihr mal wissen wollt, wie ein Heroin-Trip ist, einfach einen Minecraft-Shader runterladen. Kein Grund, Heroin zu probieren. Einfach nur den Minecraft-Shader runterladen, okay? Hä? Drogen sind Scheiße. Digga, das sieht so unreal aus. Es ist wirklich, es ist wirklich tasty, Alter. Kann man nicht anders sagen. Oh, Junge, geil. Langsam kriege ich da noch Angst vor dir, aber gut. Was ist das jetzt? Chicken. Ganz viele Hühner, okay. Oh, nein, die poppen gleich. Oh, nein, da saufen sind auch Hühner. Der macht gleich den Block weg und dann poppen die alle raus. Pass auf. Chickenshauer, Junge, ich sag's dir. Die fallen alle, ja. Achtung. Boom. Oh, Junge, geile Chicken-Bomb, Alter. Tschüss. Junge. Das sind ein paar Hühnchen. Das sind ein paar Hühner, Alter. Das ist auf jeden Fall das, wo Meck es immer tatsächlich dann ihre Hühner herbekommt. Nur der Unterschied, dass es bei Meck es nicht so viel Freilauffläsche gibt. Grüße geht raus an jede Fastfood-Kette da draußen. Battle Sand Falling. Ich komm mir so dumm vor, aber es ist wirklich geil, Alter. Ob sind da überall Ledermäuse? Das war jetzt natürlich der Geiler. Gut, juckt mich an der Stelle auch nicht. Was hast du gesagt? Growing trees. Oh, ja, Junge. Ganz, ganz schnell random Teakspid nach oben gesetzt und überwachsen Bäume auf der ganzen Map. Guck mal. Das ist krass, aber das finde ich jetzt nicht so cool. Doch, finde ich schon cool. Sieht geil aus, Alter. Ja, doch. Guck mal, so eine ganze Baum-Map, Alter. So ein Riesen-Urwald jetzt. Geh, weiter geht's. Okay, ganz viel XP. Oh, das finde ich, das sieht echt krass aus, Alter. Weil man die so hinter sich herziehen kann, diese ganze XP. Ich bin gespannt. Und da kommen die Lags schon, Alter. Und vorbei. Damit ist deine Welt gecrasht, auf der Stelle. Die kannst du nie wieder benutzen. Aber Hauptsache, viele... Computer crashed. Äh, gern. Ehrenmann. Schön. Da droppen die Frames auf jeden Fall. Sponge und Water. Ja, Mann, Digga, das sieht so geil aus. Guck mal. Das fand ich immer richtig nice. And it's gone. And it's gone, Junge. Warum ist es im echten Leben nicht so, Alter? Einfach, stell dir mal vor, Digga, du hast eine Pfütze am Boden. Du schüttest so dann... Du schüttest irgendwas so am Boden. Du schmeißt einfach den Schwamm drauf. Alles weg, Junge. Wär ist geil, Alter. Wär ist geil. Und dann drückst du den irgendwo aus. Beste. Lull. Einfach alles instant weg. Be gone, Water. Das ist wirklich schön, Alter. Alter, ich werde voll müde, wenn ich sowas gucke, ne? Ja, ist ja auch gut so. Dann bist du wenigstens gleich weg. Ja, Bro, das kriegst du da nicht hin. Das Wasser regeneriert sich da immer. Ich glaube, der Typ ist ein bisschen dumm, der das gerade macht. Ich glaube, der weiß nicht, wie Minecraft funktioniert. Insane Knockback. Okay, ich weiß nicht, was daran so befriedigend sein soll, Alter. Der macht jetzt einen Schlag. Und die fliegen wahrscheinlich 10 Kilometer weit. Gib ihm. Tschüss. Oh, Junge, Alter. Ja, okay. Fühl ich jetzt nicht so, ne? Ist cool, aber ist nicht befriedigend oder so. Nee, ist nicht so krass, Alter. Junge, was schauen wir uns hier eigentlich gerade an? Was ist aus unserem Content geworden, Junge? What the fuck? Krass, weil sie an der Stelle auch nicht... Ja, okay, wir haben es jetzt gesehen. Mach weiter, Alter. So krass ist es jetzt nicht. Okay, weiter geht's. Okay, Mindcard Snake. What? Tschüss. Hä, eine Mindcard-Schlange? Unten sind schon mal ganz viele... Ja, ja, ich sehe das, aber... Was macht der jetzt? Er macht da, okay, er macht das da. Ach, Alter. Wow, das ist killer. Ich wusste, dass das geht. Tschüss. Junge, wie smooth das ist. Ja. Okay. Okay, thanks very much for watching. Okay, Elytra fliegen finde ich jetzt nicht so befriedigend. Ich schon, weil ich es noch nie gemacht habe. Echt nicht? Nee. Bist du noch nie in deinem Leben in Elytra geflogen? Nee. Junge, was hast du denn für eine Kindheit gehabt? Hey, was soll das denn heißen? Ja, Junge, das gehört ja wohl dazu. Ich wollte mich zu hoffen in Fledermäuse und so und damit fliegen, aber ich bin noch nie immer zu fliegen. Elytra fliegen hat aber schon was, oder? Ja, ist schon cool. Also ich persönlich finde das jetzt voll geil. Ich habe da auch voll mal Bock drauf. Also würdest du auch in Real Life machen mit so einem Wingsuit? Das würde ich auch machen, Digga. Würdest du auch voll gegen so einen Felsen dann einfach klatschen? Optional kann man sich das überlegen, ja. Ich würde dir dafür auch 20 Euro geben, wenn ich ehrlich bin. Ehre, Digga, danke. Geht das jetzt noch irgendwie weiter oder macht der jetzt noch irgendwas? Nein, der rennt rum. Er braucht ja auch 10 Minuten. Das Video muss gestreckt werden. Achso. Ja, also können wir jetzt hier... Wollen wir jetzt hier auch führen an der Stelle, oder? Ja, ich glaube, wäre gut, oder? Gut, Leute, machen wir noch einen zweiten Part davon. Let's go. Komm. Grass growing. Oh ja, Random Tick Speed auf 500 setzen und dann das Gras breitet sich richtig schnell aus. Guck mal jetzt, Alter. Oh ja. Tschüss. Oh ja. Alter, das ist echt geil. That's what I'm talking about, Junge. So geil, wie das Leben auf die Erde zurückkehrt, oder, Lukas? Und dann kommen wir direkt so Schafe und sowas. Junge, wie nice, ne? Digga, sieht endkrass aus. Okay. Falling Sand hatten wir eben schon mal. Überall jetzt, oder was? Lol. Okay, das ist jetzt ein bisschen krasser. Ja, und es laggt auch ziemlich. Aber auch, ja. Bruder, wenn du es nicht auf der Kartoffel spielen würdest, dann, also, just saying, just saying. Aber, Digga. Forever Falling. Finde ich jetzt nicht so geil, also. Ja, gut, irgendwann wird es halt schwarz, ne? Dann sieht man ja gar nichts mehr. Ach, lol. Ah, okay, okay. Das ist geil, das ist geil. Ah, das sind diese Dropdown-Edits. Die finde ich richtig nice, Junge. Die finde ich richtig cool. Boah, die haben früher immer welche bei so MLG-Dingen gemacht. Ja, ja, genau, genau, genau. Er fliegt sich einfach am Skyblock vorbei, alles klar. Der Ehrenbruder. Ist das noch fallen? Ich meine, jetzt soll es enden einmal. Natürlich, man kennt ihn. Ah, ja. Perfekt. Ne, da ist ja auch vorbei. Ist ja endet. Macht schon Sinn, macht schon Sinn. Ja. Ohne Sandwelle? Was? Äh, entschuldigen Sie. Oh, was? Alter, pack da hinten Repeater dran, Junge. Mach das mal auf automatisiert, mein Homeboy. Oh. Das sieht echt nice aus. Das hat was. War geil, geiles Ding. Komplett unnötige Maschine. Malkenhoff-Serien. Finde ich auch immer geil, Alter. Sieht immer so geil aus, guck mal. Ich kann sagen, das wird da irgendwo drauf. Wie dann hier alles. Junge, Junge, Junge. Das wäre wie geiler, wäre das Wasser so unendlich jetzt gewesen. Und es hat sich immer weiter verbreitet. Ja, Lukas, das geht aber in Minecraft nicht. Das weißt du selber auch, ne? Ja, ich hab mir gesagt, es wäre geil, Junge. Ja, ist es aber nicht, weil es das nicht gibt. Oh mein Gott, bist du dumm, Alter. Oh mein Gott, bitte. Oh ja, Bruder, das hatten wir auch bei uns, Alter. Guck mal, wie schnell man damit ist. Yes. Auf Eisblöcken, oder was? Ja, das haben wir auch gebaut, so ein Ding bei uns in Minecraft. Ja, moin. Das hat auf jeden Fall was, Alter, diese schnelle. Ja, moin. Digga, da ziehst du jeden Z4 mit ab, Alter. Ja, jedes Auto der Welt, Junge. Kann Standardskill mit seinem Lambo machen, was er will. Was passiert jetzt? Äh, achso, okay. Ja. Okay, endlose Ender-Crystals. Don't know, was daran so geil sein soll, aber schauen wir. Repeat, let's go. Dann pizze ich mir die wieder ab. Wird ja Todeslecken, oder? Oh, das sieht schon geil aus. Sieht schon echt geil aus, ja. Krass. Das ist cool, sieht irgendwie geil aus. Wenn man es jetzt schlägt, ja, explodiert halt alles, ne? Geil. Torching Sand, hatten wir eben auch schon mal, aber eben... Aber jetzt wieder anderes Level. Eben war nur so ein Einblogging nach oben. Jetzt ist Kaffee full. Oh, ja. Come, gönn ihn, gönn ihn, gönn ihn, gönn ihn. Ja, keinen Bock ab. Aber es sieht schon geil aus. Das habe ich früher auch geliebt. Ich habe mir das so gerne angeguckt, Alter. Ja. Bin immer aufs Server gegangen, habe ganze Wüste leer gegrieved. So war ich, Alter. Ich schwöre es. Hi, Jungs. Ich weiß nicht, was mit diesem Video ist, aber irgendwas hat es einfach. Irgendwas hat es. Und zwar eine Menge Aufrufe. Das will ich hoffen. Leute, ich würde sagen, wir sind damit fertig hier an der Stelle. Ich will es nicht bis zum Ende gucken. Schaut euch den Rest gerne selber an. Der Autor dieser Original-Videos ist natürlich verlinkt. Lukas, ja, mal gucken, ob ihr einen Schlag in der Beschreibung findet. Ich bin damit raus. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, tschüss. Wir sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.